Dieser Vorfall sorgt für mächtig Ärger im Netz und bei der Polizei Sachsen. Ein Polizist schaut offenbar belustigt dabei zu, wie ein als Adolf Hitler verkleideter Mann im Beiwagen eines Oldtimer-Motorrats die Menge unterhält. Die Szene spielt sich am Wochenende auf einem jährlich stattfindenden Bikertreffen auf Schloss Augustusburg in Sachsen ab. Unter den Besuchern ist auch das im Video zu sehende Gespann, das hier in einem armeegrünen Wehrmachtsmotorrad auf einem Parkplatz vorfährt. Der Fahrer trägt Militärkleidung und Stahlhelm. Im Beiwagen sitzt ein augenscheinlich als Hitler verkleideter Mann. Das Video verbreitet sich rasant in den sozialen Netzwerken. Für viele ein Skandal. Der Beamte amüsiert sich scheinbar über die Szene und schießt mit seiner Handykamera Fotos von dem Adolf-Hitler-Imitator. Statt die für viele als geschmacklos empfundene Szene zu unterbinden. Die Polizei Sachsen entschuldigt sich daraufhin auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal für ihren Beamten. Das Verhalten des Kollegen ist nicht zu akzeptieren. Diesbezüglich wird eine eingehende Auswertung mit ihm erfolgen. Ein Einschreiten und Unterbinden in der Szenerie wäre einzig richtig gewesen. Auf Anfrage des Stern teilt der Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz außerdem mit, dass derzeit geprüft wird, inwiefern der Hitler-Imitator, der der Polizei namentlich bekannt ist, mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Denkbar wäre der Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder auch Volksverhetzung. Ein Sprecher der Polizei Chemnitz verurteilt die Szene dem Stern gegenüber in einer Stellungnahme scharf. Die Szenerie in Augustusburg mit dem verkleideten Herren im Beiwagen des Wehrmachtsmotorrads stellt durchaus eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar. Wir hätten deshalb vom Kollegen erwartet, dass er dies ohne Wenn und Aber unterbunden hätte. Dahingehend gibt es keine zwei Meinungen. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verurteilt die Aktion scharf. Der Auftritt als Massenmörder sei mehr als geschmacklos, schreibt der Regierungschef auf Twitter.